ok die karriere bringt überhaupt nichts doch ein bike licht man glaubt es ja kaum das minibike ist so gut wie verplant ach verzogen ach daneben mein erster für heute und ein grünes brot glatt heul danke das war die rache oder irgendwie kriege ich aus den karren gar nichts raus also drei springs drei stahlfedern ist ja ganz okay aber sonst nichts vernünftiges den vollen meins habe ich mal mitgenommen links kommt einer bei dir also ja lass uns mal weiter runter wieder also die kartoffeln kann man morgen erst abbauen ja sleeper genau hier neben cool jetzt nur schönmoto für den betonmixer das wärs noch du bist jetzt noch irgendwo was oder wieder kommt hinterher wieder vorher verdammt vor dir rocker auf elf der war aber hinter dem steil oder ich habe keine bandage mehr leute ich scheiße ich blute schon wieder nicht gut doch ich habe eine gesammelt zum glück wir müssen auf jeden fall bandage machen ja vier stück habe ich schon in der tasche lass mal in die richtung runter da war nämlich eventuell noch was interessantes es war zum glück die bandage die ich eben nicht anlegen konnte das ist gut dann hat sie der jetzt doch mal das leben ein bisschen hoch trinkt da hinten ist nämlich irgendwas box box rechte seite ein mann 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 ja habe ich gehört ich habe noch neun feile ich muss noch kurz was machen geier ist über die also wir haben books wir haben wir haben ein dickes haus hier und wir haben ein kleines haus ohne was drauf ja ich höre dich doch da oben nix verdammt schlecht gehst du in bücher noch rein gehst du unten rein gehe ich hoch hier hinten liegt die mutter apropos mutter da läuft man rum nicht nur die also ich könnte hilfe gebrauchen weil der müsste hinten liegen oder müssen jetzt gerade ein bisschen viel party hier die fässer ja ja hinten ist ein fass wer könnte verbrauchen proxy ne das war ich gerade was irgendeiner hat doch gesagt ja ich habe das gesagt das schlumpf hinein das geht zu zweit ein bisschen schneller na ich habe heute kein unten innen ist sicher oben schauen wir mal oben ist auf jeden fall jemand da kann man schneller durch ich bin da nicht ich bin da nicht aber auch nur der eine okay brauche ich nichts dass wir ein pfeil verschwinden ne das geht ja gar nicht sonst was alle bücher schälfst leer oder was ne da ist alles jetzt können wir ein jagdgewehr holen ich habe ein jagdgewehrbauplan jetzt wird es sich lohnen okay gut innen ist leer innen ist leer innen ist leer ah wollen wir ins gefängnis auch noch rein ja da könnten hunde drin sein könnten könnten jetzt nicht mehr mhm mhm 5 dollar im auto das ist leer aber ziemlich schnell ich geh mal rein leer geh mal rein naja genau ne geh mal rein okay tschüss tschüss ich bin sicherer als du also äh was ähm hier liegt zumindest ein kochtopf rum haha das ist gut war hier oben drauf noch was ne ne vielleicht noch ein fass ne kein fass doch ein fass um der ecke hab ich auch hier sind überall fassen mhm bei den meisten eigentlich ja 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 dann können wir die jetzt auch alle gerade durch nehmen ja 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 mhm ja dann das ist ja das ist ja das ist ja Die vier Häuschen haben wir jetzt hier, ne, ja doch die Fässer haben wir zumindest, aber da drin waren wir noch nicht. Schauen wir mal, schauen wir mal. Motoren und so sind wir beim ersten Grad bei den Autos, ne? Zweiter. Echt? Nicht. Eventuell sind nicht mehr so... ...viertel hat sie noch. Du sollst die Autos weg machen, damit die nicht explodieren bei uns. Ja, ich hab jetzt erstmal auf die anderen geguckt hier. Dann nur noch das große hier. Mhm. Wollen wir seitlich rein? Hier am Fenster, ja. Ja, da wacht schon ne Mutter auf. Ja, sie kommt auch glaub ich da schon raus. Ja, sehr gut. Leider nur noch 18 Pfeile. Ich hab noch 23. Ich hab noch 23. Sollte für das Haus aber noch reichen. Ach komm. Boah, die hat sich aber gedreht. Jawoll, ja. Oh, ich hab noch ne Hoh. Ich hab noch ne Hoh. Ne, die kann aber... Also zum Händler wollen wir nicht, oder? Naja. Hier ist frei. Hier ist auf jeden Fall jemand hinter. Der wird jetzt mit drauf haben. Äh, da ist aber keine Tür für mich. Kommst nur du rein, ne? Ja. Okay. Der ist tot. Gut. Na, auch vielleicht tief und nicht. Safe? Ja. Safe lassen wir erstmal safe sein, ne? Was war das denn? Was ist das? Wer? Das hat sich komisch angehört. Das hab ich schon lange nicht mehr gehört. Das hörte sich auch komisch an. Ach. Ne. Geil. Okay. Holen wir gleich. Was höchiges? Ja, ja. Ich hab ja ein richtiges Messer. Na gut. Können wir ja dann gleich. Ist er ja durch Fallschaden gestorben? Ist er ja durch Fallschaden gestorben? Ja. Ja komm, weg damit. Das... Ich hab nichts zu trinken. Doch hab ich. Äh, ich bin auch schon wieder nahezu voll. Äh, ich auch bald. Ich räum gerade schon ein bisschen auf, ja. Mhm. Ja, ich bin schon am Scrappen, damit ich ein bisschen stacken kann. Ja. Ich auch. Scheiße, ne. Die brauchen wir nicht. Dafür haben wir zu wenig Zeit. Oben warst du? Ne. Jetzt bin ich aber erschrocken. Echt? Warum? Naja, da könnte ein theoretisch ein Vieh sein, was einen Baum umgemäht hat. Oben ist okay. Ja, ich stehe auf jeden Fall noch rein. Ja. Ein Vieh, was einen Baum ummäht, das nenne ich meistens Proxy oder so. Ne, das war ein Feuer. Ja. Ah, das war ein Firetank. Draußen ist irgendwas. Draußen ist irgendwas. Klingt nach vorne, oder? Ne, ich hab jetzt nur ein Gehör. Zwei Dreie. Ja. 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 15 Uhr wird langsam wieder Zeit. 15, 15. Sache ist, wenn ich das Vieh hier auseinander nehmen will, wegen Essen, dann bräuchte ich Backup. Ja, ich komm gleich. Zusammen. Genau. Genau. Oh, Military. Wo bist du unten? Ja. Mist. Links neben dem Haus. Militäre lenke ich ab. Ja. Ich hab auch nur noch 10 Pfeile. Ja, das bringt schon mal einiges. Haben wir jetzt eigentlich nur Wingster, wie hast du noch die Eisenkrämpchen genannt? Was? Wingster Booms. Ich krieg die Krise heute. Ah ne, wir brauchen ja Stiel. Ups. Ich weiß nicht was du willst. Ah, ich dachte jetzt die Revenge könnte ich dann mit einem Metallstreifen reparieren, dann brauch ich ja Stahl. Wäre ja gut. Das waren gerade von einem Hirsch 10 Fleisch, ne? Also ein Hirsch am Tag wäre schon mal gar nicht so fuck wert. Dann bleibt er natürlich den. Ja. Autos sind weg. Noch ein Pfeil. Ja, er liegt. Wenn ich jetzt erstmal aussortieren. Okay. Also ich muss mich definitiv entladen. Ja. Ich hab auch keine Pfeile mehr und mein Manko sind Steine. Wir dürften es ja jetzt eigentlich gar nicht weit haben, ne? Ja. So will ich von hier aus auch irgendwie reinkommen, ja? Ja, so ein Adware, ne. Das ist da vorne. Ja. Du hast äh, Fässer oder? Ja. Und hier noch welche? Weiß ich nicht. Croc Carry, da könnten wir morgen auch nochmal rein. Ne, aber hinten ist schon aufgeschlagen worden. Erstmal ausleeren. Ja. Ja. Oh, du ziehst grad ein paar Leute hinter dir her. Ja, bis ich da bin, sind die weg. Ich bin schneller und ich hatte volle Ausdauer. Mhm. Irgendwie hast du hier viel zu viele Kisten. Das ist so irritierend. Hi. Fisch. Wo? Wo ist ein Fisch? Ähm, Proxy. Hier sind jetzt noch mehr Maiskolben, noch mehr Heidelbeeren. Ähm. Und was hab ich noch? Hab ich noch was? Brauchst du ja einen blauen Rock? Zuerst mal entlernen. Kannst du mit hochkriegen. Ähm. Also soll ich noch Heidelbeeren anpflanzen? Ähm. Und Mais würde ich auch nochmal. Kartoffeln? 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 Ähm. Mach ich mal zwölf. Mais. Und... Ähm. Noch zwölf Blueberries, ne? Ich hab hier noch keine Ordnung. Woll ich noch ein bisschen anbauen. Ey. Wir hatten da die Spikes hingemacht. Böse. Böse. Ja, super. Vor allem ist jetzt voll die Leiter im Weg, ne? Böse. 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 Toll. Das, das, das. Gibt noch raus. Wie viele leere Gläser haben wir? 13 Ok Bist du fertig? Jep Das ist gut Wirklich was fertig zum Essen haben wir noch nicht, ne? Ne, läuft gerade, ich hab nochmal 10 angesetzt Wo ist denn der? Ach da ist das Ok Ist da auch mit rein Ist da Da Sand? Wie schauts mit Sand aus? Null Stimmt, Sand könnten wir noch irgendwo Für Gläser 18 Uhr, ich geh nochmal runter, ein bisschen Stein holen Tue ich auch Willst du noch ne 100er Axt haben? Äh Ja gut, da die Spikes vor ist wirklich gar nicht ganz Ja, ich bin ja schon Ich hatte mich verguckt Oh, shit Ach ja Wie, shit Alles ok Alles gut Na, das habt ihr schon abgegrast? Jep Was? Du hast großen Sterne hier vorm Haus Durch Gras, haben wir abgegrast Das Gras auch Ja, und das Holz auch Joa, Wäume ist mangelbar in der Gegend hier Finde ich nicht Aber die kommen schon wieder Mach mal die kleinen Bäumchen weg Lühsam ernährt sich das Eichhirnchen Ja, das auch Also für Spikes ist der Naden echt pervers groß Ja Mhm Ich schätze mal so 400 brauchen wir Ja Also 150 habe ich Und ich hab auch nicht ganz Zwei Seiten zweireiig Jo Dann hast du aber auch schon gut gearbeitet Also Da machst du ein Fallfresser Ja, ich hab mich jetzt einfach voran das Holz konzentriert Genau Die Bäume haben's gemerkt Die sind aber auch alle schon wieder angepflanzt Doch Ja, hab's gesehen Das nennt man Tag 6 wenn wir Glück haben Moderne Wiederaufforstung Ja, genau Auch die Apokalypse gegangen Also da haben wir schon Ja, natürlich Wir wollen ja noch ein paar Tage überleben Ja Yes Gibt's nicht auf der Kerl, der kommt auch tatsächlich her Hey, da will jemand was von dir? Ja Ja Oh, komische Leute hier Ciao Pfuffel Darf ich viel Spaß bei der Arbeit wünschen? Ja, bis die Tage Pfuffel Alles Gute Oh, Hundehorde 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 Das ist nicht gut Äh, kann ich grad nicht sagen, ich laufe Ich laufe auch Ja, ich hab hier keine Frames mehr, aber Ja, die Leiter ist auch repariert Gut Ähm Die laufen an unseren vorbei Die laufen nach Osten Die bleiben da vorne Scheibe Okay, einer steht hier bei Nord Ich brauche Reims Ja Hier sind sie doch Da habe ich, habe ich, äh Die sind an der Straße Da sind verdammt viele Ja, ja Das sind wieder verdammt viele, genau Ich mach mal wieder zwei Ich kann mal wieder zählen hinterher Vier Komme ich von hier aus zu euch? Die kommen näher zu mir Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, ich schätze mal sieben oder acht Wo bist du denn? Wow Ja Ja Komme ich von hier aus zu euch? Sollte ich Das hätte nur ein Zombie irgendein Gewehr oder Pistole haben müssen Das würde dir jetzt schon helfen Ja Ich komm zu euch Ja Wer ist denn das hier vorne? Proxy, oder? Mhm Ja Okay Auf dem Steinchen hüpfe ich Boah, gut, dass ich die da noch gesehen habe, die wären genau durch jetzt durchgewandt Echt? Vor 21 Uhr Vor 21 Uhr Vor 21 Gut, die werden sich aufteilen und dann müssen wir halt mit zwei Leuten auf einen Hund immer Müssen wir halt ein bisschen Hundejagd machen am nächsten Tag Das macht ihr dann schon, ne? Ich bin ja schon mal gestorben Ja Ja Ja, du kannst ja von oben Man kann sie ja ankommen Mhm Ja, ich bin auch hier oben Bereit Federn, haben wir noch Federn Bitte mal bevorzugen Federn Nach Hause zu laufen